Ist einer auf dem Feld verletzt, kommen die Sanitäter. Diese hier haben ihr Handwerk wahrscheinlich auf der Clip-Schule gelernt. Sie stellen sich sowas von dämlich an, als sie in der 75. Minute beim Spiel zwischen Académico de Viseu und Sian Junenze in der dritten portugiesischen Liga einem Spieler helfen sollen. Und als sie endlich in schlingerndem Gang den Feldrand erreicht haben, verstolpert sich auch noch der linke Retter und fällt auf den Spieler, der, wie es aussieht, vor Schmerzen aufschreit. Man kann für die Spieler nur hoffen, dass die beiden nie mehr zum Einsatz kommen. Man kann für die Spieler nur hoffen, dass die beiden nicht mehr zum Einsatz kommen.